Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Wainoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Mark Hagenbeck. Hallo. Und wir reden heute über den 15. Oktober. Am 15. Oktober hat auch jemand Geburtstag, den wir alle sehr gut kennen. Weltmeister 2004. Mesut Özil. Özil. Ich wollte erst mal, ich habe mir gedacht, frage ich ihn erst mal, wer soll das sein auf dem Foto, aber ich hätte ihn erkannt. Özil? Ja. Ja, ich habe ein Emoji, das aussieht wie Özil. Ja, genau, Özil. Das war ja auch tatsächlich so, 2002, als die Weltmeisterschaft startete, war ich vorher nicht so drin in dem Thema und habe gedacht, wer ist das denn jetzt? Dann war der Khedira und der Özil war neu und dann habe ich gedacht, wer sind denn die Leute? Also, die kannte ich überhaupt nicht. Und da war ich ein bisschen überrascht. Aber mittlerweile kennen wir natürlich alle Mesut Özil. Ja, natürlich. Den kenne ich sogar nicht. Weltfußballer in Gelsenkirchen. Hä? Ja. In Gelsenkirchen. Ja, genau. 15. Oktober. Was ist nochmal am 15. Oktober gewesen? Ja, vollkommen überraschend. Am 15. Oktober 2003 startete China seine erste bemannte Weltraummission. 2003. Und als ich das gehört habe, da war ich schon ein bisschen erstaunt. Ja. 2003 erst, das muss man sich mal vorstellen. Ja, kann man so ein bisschen festmachen auch an James-Bond-Filmen. Ah. Früher in den James-Bond-Filmen wurden immer nur Japaner sozusagen als in den Raummissionen, zum Beispiel bei Man lebt nur zweimal. Okay. Da sind sie ja nach Japan gegangen, weil japanische Raumstationen irgendwie existiert haben oder irgend sowas. Ah. Aber keine chinesischen. Hm. Verstehst du? Ah. Ja. Ja. Das war Vicky. Vicky. In ländlichen Gebieten. Ja. Also man... Das ist jetzt nicht mal Zeit für einen Flachwitz. Mir fällt nur gerade keiner ein. Ach so. Nee. Frau... Nee. Ist ja egal. Auf jeden Fall. Ja, ist ja toll, wenn du das erwähnst, aber dir keiner einfällt. Ja. Also Frau... Ich weiß nicht so genau, warum man einen Gedenktag der Frau in ländlichen Gebieten... Warum man das haben muss. Keine Ahnung. Überflüssig. So... Überflüssig. Man sollte immer an die Frauen denken, finde ich. Ne? Und vor allen Dingen an die eigene Frau. Schatzi, wenn du das hier siehst. Ich denke stets an dich. Ja. Ich bin so ein Schleimer. Du bist voller Schleimer, merke ich gerade, ja. Aber was ist nach dem 15. Oktober? Ja, am 15. Oktober 1990 bekommt Mikhail Gorbatschow den Friedensnobelpreis zugesprochen. Ah, genau. Wegen hier, äh, Dingswende. Natürlich, wegen der Wiedervereinigung. Mauerfall. Er hat das ermöglicht, ne? Also, ähm, der Friedensnobelpreis wird ja auch schon mal vergeben wie saure Drops, aber in diesem Fall hat es wirklich genau in den richtigen getroffen, also von daher. Hat sogar der Obama gekriegt, ne? Sogar, an den hab ich nämlich gerade gedacht, äh, zu zahlen lassen, naja. Und ich, äh, hab ich mir, hab ich mir das nur sagen lassen, oder? Der Trump ist, glaub ich, dafür nominiert worden. Der ist nominiert worden. Ja, ja, der Trump ist nominiert worden, weil es ist so, dass, nee, er ist vorgeschlagen worden, er ist vorgeschlagen worden. Also, weil jeder kann ihn vorschlagen. Also, er braucht nur ein paar aus seinem Stab, die sagen, oh, ja, ich targ mein Schiff vor, ne? Das funktioniert. Also, ich könnte jetzt zum Beispiel auch dich vorschlagen. Ja, ich mach ja, ich mach ja nichts, äh, was, was griegerisch wäre. Von daher hab ich ja so ein, so eine Nominierung auch verdient. Hast du denn einen Twitter-Account und kannst andere Staatsmänner beleidigen? Ich hab, glaub ich, auch einen Twitter-Account. Ja, ich auf Twitter müsste man mich finden, aber ich pflege den nicht. Okay. Ja, also, weil mir einfach die 160 Zeichen, die das hat, oder 120, keine Ahnung, ist mir zu kurz. Ich muss mehr zählen. Ist ein bisschen kurz, ne? Ja, genau. Heute sieht man uns übrigens auch in unseren Schoki-Banoki-Shirts, ja? Wer die Schoki-Banoki-Shirts haben möchte, der muss einfach mal hier in die Kommentare reinschreiben, dann machen wir das schon irgendwie. Genau. Ja, also, äh, morgen ist wieder neuer Daily-Tag, äh, sehen wir uns wieder. Ich sag bis dahin, Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski. Ich sag's eigentlich nicht mehr Tschüssikowski. Keine Ahnung, bis Baldinski. Das ist besser, ja, genau. Bis Baldinski. Ich sag, Cheerio, Miss Sophie. Das ist eigentlich auch blöd. Nee, aber das ist gut. Okay. Bis Baldinski. Ja, das Argument ist, es ist gut. Da должна sein. Oh Gott. Da. Du.